Wir können nur gratulieren, zweimal auf dem Dostockel hier in Adelwoden und du gehst auch weg Leader vom Gesamtweltcup. Bist du in eine Zusammenfassung? Ja, ich denke nicht so viel auf diesen Gesamtweltcup im Moment, aber dritte gestern und zweite heute auf ein Wochenende, wo man ein bisschen Probleme hat, dann ist das ganz okay. Richtung Wengen jetzt mit viel Vertrauen? Richtung Salzburg erst und dann ein bisschen Training und dann fährt man ein wenig am Samstag und dann schauen wir am nächsten Sonntag. Henrik, danke und alles Gute. Dankeschön, danke.